Hallo ihr Meister und herzlich Willkommen zu meinem Geburtstags-Glam-Get-Ready-With-Me-Video. Ich habe euch mein komplettes Make-Up und alles aufgenommen, was ich benutzt habe, damit ihr auch seht, was ich benutzt habe, weil ich in letzter Zeit oft die Frage bekomme, was ich denn für Make-Up-Produkte benutze. Ich habe gerade den Primer von NYX benutzt und darüber gebe ich die Foundation von L'Oreal, die Perfect Matte Serum Foundation. Und die Fit Me Foundation. Die beiden mische ich ganz gerne, manchmal benutze ich die aber auch einzeln, ist wirklich tagesformabhängig. Welche ich von denen gerne benutze, ihr wisst ja, dass ich damals diese Foundation-Test-Videos gemacht habe. Und mittlerweile gibt es, glaube ich, drei Foundations, die ich gerne benutze und demnach habe ich halt super viel aussortiert. Ich benutze zum Beispiel auch noch super gerne die von Catrice, diese HD Liquid Foundation, ist auch wirklich eine super Foundation. Ja, die habe ich jetzt auf meiner Haut mit einem Pinsel gemischt und dann blende ich das Ganze mit einem Beautyblender aus, schön in den Haarensatz rein, dass der Übergang auch wirklich toll wird, genauso wie an die Ohren und am Hals, dass wirklich alles gut verblendet ist. Und danach kommt auch schon Concealer, da benutze ich gerne den Augenlöscher. Ich sage euch aber ehrlich, Leute, 10 Euro für einen Concealer finde ich wirklich unverschämt. Und abgesehen davon, dass der mir gefühlt in der Woche leer geht, deswegen, ich muss mir da was anderes einfallen lassen, auch wenn es mein absoluter Lieblingsconcealer geworden ist. Und darüber gebe ich noch das Liquid Camouflage von Catrice. Ihr wisst ja, ich liebe das, aber das ist das Liquid Camouflage. Das Ganze blenden wir dann natürlich wieder mit einem Beautyblender aus und, ja, verblenden das Ganze, bis es uns gefällt. Und danach kommt natürlich das Puder, da benutze ich das Revolution Translucent Powder. Das liebe ich auch über alles. Eines meiner absoluten Lieblingspuder. Ich habe mich bei Puder noch so ein bisschen durchprobiert, aber nie irgendwas gefunden, was mir so gut gefallen hat wie das. Und welches ich auch noch gerne mag, ist von Essence dieses Banana irgendwas. Aber das zieht mich wirklich übertrieben hell unter den Augen. Und das mag ich halt im Winter dann lieber. Da trage ich nämlich gerade das Puder auf. Und nachdem ich das mit dem Schwamm unter den Augen, den Nasenseiten, T-Zone und am Kinn aufgetragen habe, nehme ich mir meistens meinen Pinsel und drücke mir den Rest noch an den Stellen ein, wo ich noch kein Puder aufgetragen habe, damit die Stellen wirklich schön ebenmäßig sind vom Produkt her. Und dann kommt auch schon der Bronzer, beziehungsweise das Konturpuder aus der Yasmin Azizam X Kaya Palette. Ihr wisst Leute, ich liebe die Palette. Ich habe mir letztes Mal von Kaya eine andere bestellt. Die ist wirklich so ähnlich, weil ich brauchte dringend ein Backup, weil meine Palette neigt sich langsam dem Ende zu. Und ich kann das alles nicht mehr. Ganz, ganz schwierig. Deswegen tragen wir das nämlich jetzt auf und blenden das Ganze jetzt mit einem anderen Pinsel aus, damit der Übergang natürlich schöner wird, als das, was gerade da war. Deswegen blenden, blenden, blenden. Das ist auch und auch beim Make-up. Ihr müsst einfach alles ausblenden. Dann wird alles einfach super, weil viele mich auch immer fragen, warum knallt so so viel drauf, Leute. Ich mag es einfach. I love it. Und dementsprechend trage ich so viel auf, blende das Ganze gut aus. Und Blush benutze ich heute zwei. Eines war, glaube ich, von der Essence LE und der andere ist ein Nabla Blush. Die beiden mische ich immer ganz gerne. Und das Ganze auch wieder ausblenden, blenden, blenden. Wenn ihr das aufgetragen habt, machen wir mit den Augenbrauen weiter. Das seht ihr jetzt. Da nehme ich die Anastasia Beverly Hills Brow Pomade in Medium Brown, war das, glaube ich. Und damit ziehe ich mir erstmal unterhalb meine Form nach, dann oberhalb. Dann fülle ich das Ganze in der Mitte aus. Dann blende ich das Ganze ein bisschen aus. Also, solltet ihr eine separate Brow Routine haben wollen, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann werde ich euch das abdrehen. Denn aus einem anderen Winkel, denke ich, seht ihr auch ein bisschen besser, was ich mache. Ich hatte die Kamera ein bisschen weiter nach oben gestellt. Dadurch sieht das alles ein bisschen komisch aus. Naja, auf jeden Fall benutze ich die Brow Pomade. Blende mir das Ganze erstmal mit dem Pinsel aus. Danach die andere Seite noch. Und dann gehen wir mit dem Bürstchen rein und blenden das Ganze damit nochmal aus. Und, ja, wenn wir das gemacht haben, kommt auch schon Concealer zum Einsatz. Damit bessere ich das Ganze natürlich nochmal von unten aus. Und nachdem Concealer drauf war, nehme ich nochmal das Puder aus der Kaya Palette mit dem Pinseltchen, was an dem Spoolie dran ist. Beziehungsweise an der Augenbrauenbürste. Und trage mir damit diesen orangigen Bronzer auf. Das mache ich darum, damit der Ton so ein bisschen, ja, besser noch zu meinen Haaren passt. Ihr könnt aber jeglichen Lidschatten, Bronzer nehmen, was ihr wollt. Wenn ihr allgemein eine Brow Pomade habt, die euch ein bisschen zu aschig ist, nehmt ihr einfach einen Ton, der ein bisschen wärmer ist. Und dann funktioniert das auch schon super. Da seht ihr nämlich zum Beispiel, wie ich das Ganze auskorrigiere mit dem Concealer von unten, damit die Linie schön scharf ist. Und jetzt gerade trage ich das Puder auf. Und ihr seht, was ich meine. Die Augenbraue wirkt direkt so ein bisschen lebhafter auf meiner Haut, weil es einfach dadurch dann ein bisschen wärmer ist. Und das trage ich einfach mit dem Pinsel auf und blende das Ganze dann nochmal mit der Augenbrauenbürste aus. Ja, und das war es dann auch schon mit meinen Augenbrauen. Danach machen wir weiter mit meinen Augen. Und dazu benutze ich von Nii Cosmetics die Nude Palette. Ich liebe die Leute. Ich benutze erstmal diesen hellen Ton komplett auf meinem beweglichen Lid auf beiden Seiten. Und danach gehe ich mit einem präziseren Pinsel rein und trage mir das in meine Crease auf. Aber ich arbeite das eher seitlich ein. Ich mache das immer so. Also ich baue die Töne immer auf. Mittlerweile gehe ich sogar direkt in den dunkleren Ton. Denn die lassen sich manchmal schwierig aufbauen vom Ton her. Also wenn ihr das wirklich dunkler haben wollt, müsst ihr erst in den dunkleren Ton reingehen, anstatt zu viel Produkt aufzutragen. Aber ich bin übertrieben zufrieden mit der Lidschattenpalette. Und wenn ihr es ein bisschen glamouröser haben wollt, nehmt ihr einfach einen Glitzerton und arbeitet euch den vorne ein. Das Ganze trage ich natürlich auch noch unter mein Auge auf und blende mir das oben wieder ein bisschen rein. Ja, das ist eigentlich in letzter Zeit, wie ich immer mein Augenmakeup mache. Auf das gesamte Lid eine hellere Farbe und danach dunkler, ja, von außen nach innen ein bisschen einarbeiten. Und da kam meine Freundin rein. Wir haben es nämlich alle gemeinsam fertig gemacht. Und das Ganze blenden wir dann natürlich auch noch aus. Leute, Musik darf bei mir nicht fehlen. Das ist auch der Grund, weshalb ich euch immer Voiceovers zaubere. Weil ich liebe es einfach Musik zu hören. Dann kommt Brauner Kajal auf die obere Wasserlinie. Und damit ziehe ich mir dann auch einen Eyeliner vor. Den blende ich dann mit einem Pinsel so ein bisschen aus. Ziehe mir den noch so ein bisschen perfekter. Und danach gehe ich mit meinem Better Than Sex Eyeliner rein. Ich meine, der ist von Too Faced. Mag ich auch sehr, sehr gerne. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit, einen anderen Eyeliner oder so zu verwenden. Deswegen, da mache ich immer spontan. Manchmal benutze ich zum Beispiel auch nur den Braunen Kajal. Manchmal halt, wie gesagt, der Eyeliner. Manchmal benutze ich auch nur Eyeliner. Das kommt wirklich auf meine Tagesform drauf an, wie ich gerade lustig bin und wie ich Bock habe, das Ganze aufzutragen. Meistens mache ich es aber mit dem Braunen Kajal. Dann darüber den Eyeliner. Und dann kommen wir auch schon zur Wimpernzange. Die benutze ich. Und dann benutze ich, ich glaube, die Eyeliner Extreme Mascara in Waterproof. Und einmal diese in diesem hellblauen Packaging. Oder es war die Volumelian Lashes Mascara in Waterproof. Ich kann es euch nicht mehr sagen. Das sind so die drei Mascaras, die ich gerne benutze. Und da switche ich auch gerne mal untereinander. Ich meine, das ist die Eyeliner Extreme, die ich gerade benutze. Danach kommt, glaube ich, die goldene. Das ist die Volumelian Lashes Mascara. Auf jeden Fall meine ganze Mascara ist in Waterproof. Ganz, ganz wichtig. Ich bin eine kleine Heumaus. Also, ich sage euch so, mit diesem Make-up, selbst wenn ich weine, man sieht mir das nicht an. Und das ist halt für mich super, super schlau, weil man so halt gar nichts sieht. Das ist richtig gut. Und ja, also mein Make-up hält wirklich den ganzen Tag. Und selber, also selbst wenn ich kurz weine und mir Tränchen runterlaufen, aus welchem Grund auch immer, wenn ich ein trauriges TikTok sehe oder so, es passiert absolut gar nichts. Und das ist wirklich richtig gut. Mittlerweile benutze ich auch unten ein bisschen Mascara, aber nur an dem hinteren Drittel. Mein Lip Liner ist von Nabla in der Nude 04. Den trage ich halt komplett auf. Oben als auch unten. Ich ziehe mir meine Form nach außen hin so ein bisschen weiter, als man es normalerweise macht. Und das Ganze korrigiere ich mir auch wieder mit Concealer gleich aus. Und da drüber gebe ich mir, das mache ich sonst nicht, aber ich habe mir diesmal ein bisschen Concealer draufgegeben. Und da drüber kommt dann die Farbe Kaido von NYX. Und ich habe das Ganze dann auch mit der Farbe London ein bisschen ausgeblendet, weil mir das ein bisschen zu hell war. Das seht ihr aber jetzt gleich auch noch. Da seht ihr, dass ich das Ganze mit Concealer auskorrigiere. Von oben, von unten ganz wichtig. Die Seiten, dass halt wirklich alles richtig schön präzise aussieht. Und dann kommt der Concealer. Das war definitiv zu viel. Das mache ich aber auch nur an Tagen, wo ich es wirklich definitiv hell haben möchte, so wie hier gerade. Aber das war mir dann zu hell. Und deswegen, nachdem ich die Farbe Kaido drüber getragen habe, bin ich mit der Farbe London nochmal nachgegangen. Und habe mir das Ganze nochmal ausgeblendet und dann mit meinem Finger ausgearbeitet. So funktioniert das immer ganz gut für mich. Und dann gehe ich mit dem Lip Liner nochmal nach, um den Effekt reinzubringen, den ich gerne hätte. Dann kommen die Farbe Amnesia und Ozon Nabla Highlighter. Liebe ich übertrieben, trage ich immer. Das sind die besten Highlighter auf diesem ganzen Planeten. Und Leute, ich habe viele Highlighter benutzt. Ich habe Highlighter schon immer gelebt und geliebt, genau. Aber seitdem ich die beiden benutze, es gibt keine besseren Highlighter für mich. Und das war es auch schon mit dem Make-up. Meine Wimpies kommen jetzt noch in Natural. Da habe ich die halben aufgeklebt. Die habe ich mir einfach hinten durchgeschnitten so gesehen und trage mir die dann hinten auf. Das ist auch das Modell, was ich in letzter Zeit immer trage. Ihr findet den Link zu meinem Shop unten in der Videobeschreibung. Und vor allen Dingen, der Versand ist mittlerweile kostenlos. Das heißt, ihr könnt einfach bestellen, versandkostenfrei und bekommt eure Wimpern direkt geliefert. Und falls ihr mal was abstehen habt, einfach einen Eyeliner nehmen. Und ja Leute, das war mein Birthday Get Ready With Me Glam Make-up. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.